Jo Leute, was geht? Das ist Babam von Babam.TV. Heute ist ein ganz wichtiger Tag für eine Mutter. Heute ist Muttertag. Hey! Hast du deine Mutter schon angerufen? Ne, ne. Weiß nicht. Wieso nicht? Weiß nicht. Wieso nicht? Nein, das ist die Blumenindustrie. Ruf sie an jetzt? Nein, die Blumenindustrie. Die Nazis haben Muttertag. Nazi hat er rückt, sagt er jetzt. Ja. Okay, Entschuldigung. Wenn wir den Nazi erfunden haben, dann kann ich nicht viel sagen für dich. Dann machst du alle richtig, dass deine Mutter... Nein. Dann bist du ein Held, ja? Ich liebe meine Mutter. Du machst einem politische Dings daraus jetzt, ja? Ist doch nicht. Warum muss ich denn meine... Rufs doch an. Telefon nimmst du, machst tippitytipp. Dann sagst du, hallo Mama, wo ist das Problem, ja? Was hat mit Nazis zu tun jetzt? Aber nur weil die Nazis und die Blumenindustrie den Muttertag erfunden haben... Was kann deine Mama dafür, ja? Sie kann nicht dafür von Hitler, was er gemacht hat. Nein. Wann hast du das letzte Mal angerufen? Zwei Wochen. Respekt für, was für ein edler Sohn du bist, ja? Du machst einen Fehler von... Was du falsch machst, gibst du ihm Fehler von Nazi, ja? Verstehst du? Man kann nicht... Ist nicht alle Nazi schuld, was von der Welt schief ist, ja? Manche Sachen bist du auch selber schuld, ja? Verstehst du? Du machst einen schlechten Dings mit deinem Mama und machst eine Ablenkung mit Hitlers. Das ist nicht gut. Lass mal Hitlers sein, ja? Er hat genug gemacht. Gib ihm dich noch diese, dass du deine Mutter nicht anrufst. Sehr schlecht, was du machst. Deine Mutter ist bestimmt zu Hause, ja? Sie ist traurig. Er sagt, Mama ruft meine Rakete an, ja? Er ruft nicht an. Hallo, Mama. Hallo. Hi. Hi, hi. Ja, ist ja Muttertag heute, ne? Richtig. Siehst du? Wünsche ich dir mal alles Gute zum Muttertag, Mama. Ja. Auf dem Handy-Display. Ja. Genau, oben auf dem Knopf und dann geht's an. Das ist ein gutes Zeichen, wenn das Display nichts anzeigt, dann ist es aus. Mailbox. Ja, dann ist es aus, das Handy. Ja. Tschö, tschö. 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 Ciao.